Auf der Bühne des Bautzner Theatersommers wurde am Sonntagabend eine besonders spannende Inszenierung aufgeführt. Nach dem Finaleinzug der deutschen Kicker in Brasilien entschlossen sich die Theatermacher, ihre Bühne König Fußball zu überlassen und die 998 Tickets für die Live-Übertragung des WM-Finales auf der Ottenburg waren Binnenstunden vergeben. Bei der Euphorie, die hier herrscht, kann man demnächst ausweichen und es war ja klar, dass wir heute Abend das Finale haben, das ist ja schon seit zwei Jahren klar und deswegen haben wir ja in unserer Planung von vornherein berücksichtigt, dass wir da keine Vorstellung haben, was wir sonst gehabt hätten und dann haben wir gesagt, wir haben alles da, dann machen wir das mal, das hat es noch nie in Bautzen gegeben und dann machen wir das mal und ich denke, so wie der Zuspruch hier ist, das hat auch funktioniert. Unmittelbar vor Spielbeginn wurden dann auch noch drei Kicker des Regionalliga-Aufsteigers Bautzen im Nationalleibchen begrüßt überhaupt. Die Stimmung war von Beginn an großartig und die Spannung mit zunehmender Spielzeit kaum noch zu überbieten. Die Erlösung dann nach dem 1 zu 0 von Mario Götze. Jetzt hofften nur noch alle auf den Schlussfiss. Frenetischer Jubel im weiten Rund, ein Feuerwerk der Emotionen. Und eins noch, Bautzens Theaterintendant könnte sich auch ab und zu einen schmalen Thaler im Wettbüro dazu verdienen. Sein Tipp vor dem Spiel? Der Tipp für das Spiel? Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Ich habe im Vorfeld 3 zu 2 gedippt. Ich würde jetzt mal sagen 1 zu 0. Deutschland jedenfalls feierte seine WM-Helden bis tief in die Nacht. Musik Und das ist eine schwierige Geschichte. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017